Im Boxzentrum Münster trainieren jeden Dienstag und Donnerstag Fitnessbegeisterte unter dem Slogan Business Boxen. Frauen und Männer trainieren hier ihre Schlagkraft und Fitness. Eine Teilnehmerin durften wir beim Training begleiten. Ich boxe, das schon seit drei Jahren hier im Boxzentrum in Münster. Und wie man im Hintergrund schon sehen kann, machen wir das klassische Boxen. Ich heiße Julia Danneberg, bin 30 Jahre alt und bin Assistentin des Serviceregionsleiters der Serviceregion Münsterland für die AOK Nordwest. Nach Julias Arbeit lassen sich hier alle Möglichkeiten für eine intensive Trainingseinheit finden. Sowohl das Konditions- als auch das Krafttraining kommen nicht zu kurz. Für Julia gibt es aber noch weitere Gründe dafür, hier zu trainieren. Weil es ein guter Ausgleich ist zum Privaten und Beruflichen. Es powert immens aus, macht den Kopf frei und das macht total Spaß und Laune. Ja, auf jeden Fall, dass es Kraft- und Ausdauertraining ist, den ganzen Körper wirklich beansprucht und Ganzkörpertraining ist. Und einfach die Gruppe ist total super. Also wir haben eine richtig gute Gruppe, total das Wir-Gefühl. Das ist eine totale Gruppendynamik, die wir auch haben. Bei Gruppenübungen wird somit zunächst die Koordination und Kondition trainiert. Immer wieder werden Kraftübungen eingestreut. Dass Julia beim Business-Boxen mitmacht, ist gar nicht so ungewöhnlich, denn Julias Freunde könnten sie aus ihrer Sicht folgendermaßen sehen. Ich würde sagen, als lebensfrohe, aufgeweckte, offenherzige und vor allem abenteuerlustige Person. Also wenn ich jetzt ans erste Training zurückdenke, wo ich mitgemacht habe, muss ich sagen, habe ich nach dem Aufwärmtraining schon gedacht, das schaffe ich nicht. Da habe ich dann auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass erst 30 Minuten um waren. Und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt steht noch eine Stunde bevor, wie sollst du das überleben? Aber ich habe es geschafft, weil natürlich die Trainer und alles motiviert haben und weil die Gruppe halt auch so cool ist. Und bin dran geblieben und natürlich heutzutage, jetzt macht mir das nicht mehr so viel aus, aber daran erinnere ich mich noch, dass ich beim ersten Training wirklich dachte, oh Gott, das kriegst du nicht hin. Jetzt boxst Julia seit bereits drei Jahren im Boxzentrum Münster und trainiert mit den anderen ihre Schlagkraft und Technik. Immer mit dem Ziel, sich voll auszupowern. Viele der anderen Teilnehmer sind selbst berufstätig oder studieren. Beim Business Boxing ist klar, es ist natürlich dann für die ab dem Berufstätigen eher was. Ich würde aber sagen, eigentlich für jedermann, oder jede Frau auf jeden Fall auch, die eine neue sportliche Herausforderung sucht und die auch wirklich so ein Ganzkörpertraining machen möchten, was auch wirklich so Kraft und Ausdauer gut gemischt ist. Durchs Boxen muss ich wirklich sagen, ist mein Selbstwert, oder Selbstvertrauen wirklich total gestiegen. Man ist mutiger, man härtet auch auf eine gewisse Weise ab. Und also Leute, die mich wirklich gut kennen, wissen, dass ich sehr gerne reise und auch alleine reise. Und wenn man natürlich weiß, dass man ein paar Sachen, oder was für eine Kraft man hat, oder was für ein paar Moves man vielleicht auch drauf hat, dann fühlt man sich einfach ein bisschen sicherer auch. Und gerade natürlich vielleicht auch als Frau, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ihre gewonnene Stärke kann sie also auch privat nutzen. Keine Frage, dass Julia ihr Boxtraining fortsetzen will. Also ich möchte auf jeden Fall fit und aktiv bleiben. Das natürlich auch gerne weitermachen und eigentlich den Spaß allgemein am Sport nicht verlieren. Bis zum nächsten Mal.